Hallöchen, ich möchte mich mit diesem Video bei Erdogan Atalay persönlich bedanken, recht herzlich für den Small Talk. Wir hatten einen Small Talk. Erdogan Atalay als Sermel Gerkan hat heute am 27.11.2019 in Düsseldorf gedreht. Mehr sage ich nicht, weil ihr dürft wissen, dass gedreht wird. Und ich sage nur, dass ich hier mit ihm ein bisschen korrespondiert habe. Ich habe ein bisschen hier gezeigt, was hier tagtäglich ist. Ihr wisst alle, dass sofort die Kamera aus ist, wenn ein Kunde hier den Raum betritt. Auch wenn es Schauspieler hier sind, wird ausgemacht. Nur wenn wir im Green Room und im Studio oder hier, hier an diesem Stuhl saßen ja auch schon viele. Henning Baum und Co. und wie sie alle geheißen haben. Also wenn die dann sagen, grünes Licht, du darfst sprechen. Letztens war ja Wendler noch hier. Praschant war hier. Und Frank Montenbrock war hier. Und diverse andere. So, wenn die sagen, du darfst scharf schalten und sie sitzen dann hier und sprechen dann in die Kamera, dann dürft ihr das auch sehen. Meistens darf man das hier alles nicht sehen, weil meistens hier E-Casting oder irgendwelche Sachen gemacht werden, die halt für den sogenannten Kunden, auch wenn es ein Schauspieler ist, ist ein Kunde, wenn ein Schauspieler irgendwas braucht, dann wird das natürlich nicht veröffentlicht. Hier ist Top Secret. Hier ist wirklich alle Datenschutzeinheiten von Artikel 13, Datenschutz, was weiß ich nicht alles. Also hier ist und bleibt das Fronhauser Kopierstudio mit Studio, mit allem drum und dran, mit Lizenzen, ohne Ende, mit eigenem Web-TV, mit eigenem Studio und was weiß ich nicht alles. Jetzt, letzter Auftrag, den darf ich auch nicht zeigen, aber er war wirklich da, das ist der Oberbürgermeister. Das war leider eine traurige Geschichte, die ich da drehen musste, aber egal, auch für ihn. Das heißt also, überwiegend mache ich an sich nur Auftragsarbeiten. Ich hatte auch gerade noch eine Unternehmensdame da, der habe ich gesagt, gut, können wir machen. Wie gesagt, so E-Casting, Unternehmen oder Vorstellen. Viele arbeiten ja mittlerweile mit Videos und dafür bin ich der Ansprechpartner. Ich mache diese Videos, die ihr dann in manchen Clips sehen könnt, auf manchen Homepages sehen könnt. Und dafür bin ich halt zuständig. So, 1975-79 fing alles an mit Krieg der Sterne, danach Star Wars. Dann, wie gesagt, ab 79 aufwärts ging es in der Welt der Elektronik zu. Und da hat man dann halt gearbeitet. Und jetzt, ja, jetzt geht man so ins Alter. So, wenn man so ins Alter geht, Hermann Joa von Actionconcept wird auch langsam 60 Jahre alt. Der wird sich dann wohl auch so denken, Joa, man geht so langsam ins Alter über. Aber ich bleibe halt noch durch die gesamte Kundschaft, durch die ganzen Stars und Sternchen. Ja, sogar Michelle Pfeiffer auch, aber Michelle Pfeiffer, das ist eine andere Charakterie, das ist Amerika. Aber Michelle Schäfer lag hier also auch schon mal auf der Timeline. Nein, sie selber nicht, aber ich musste für eine Videoproduktion da was machen, weil sie da einiges da vor der laufenden Kamera machen musste. Also noch einmal, ich mache für sehr viele. Also ich begrüße auf diesem Weg nochmal Praschant, der also auch bei Cobra Eleven eine komplette Sendung haben durfte. Der auch hier war. Dann auch den Dr. Scholzen, der halt anwesend war von Sonnenklar Fernsehen, Studio. Dann WDR ist klar, ist hier um die Ecke, Dritter Hagen. Sat.1, RTL, Norddeich TV. Den darf ich jetzt nicht vergessen. Vergesse ich aber jetzt gerade, seid mir bitte nicht böse. Es waren so viele schon. Ich möchte mich auf diesen Weg mal eben kurz, ich habe gerade fünf Minuten zu feiern, dann könnte ich an sich ein besseres Video machen. Vielleicht mache ich es auch. Ich hatte heute sehr, sehr viel zu tun und habe ein Videoclip gemacht für Erdogan Atalay, der heute dreht in Düsseldorf. Er dreht immer noch und wir haben schon halb sechs. Also wir sind sehr lange schon am Drehen. So, ich möchte mich einfach nur bedanken für den Small Talk. Er hatte Pause. In der Pause haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ich habe ein bisschen vom Geschäft gezeigt. Das darf ja jeder sehen. Also wir haben uns unterhalten. Ich habe mir da ein paar Bilder gezeigt. Ich mache auch sehr, sehr gerne für ihn Werbung, weil ich mich wirklich wohlfühle mit diesen Sachen hier. Diesen hier, Co-File-Lefton. So, also noch einmal, ich mache sehr, sehr gerne Videos und Videoclips seit Kindesbeinen an. Den Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen, das war meine Erfindung. Hat mich nur jeder angeguckt. Was ist das denn? Ist halt so. So, Showbid ist harter Job. Schauspieler ist ein harter Job. Mit Menschen umgehen ist ein harter Job. So, auf diesem Wege möchte ich mich aber wirklich total und recht herzlich bedanken. Von 1996 bis 2019 für Co-File-Lefton, für die Alarm-Autobahn mit Erdogan, Atalay und vor allen Dingen Nils Körbin und alle, die da waren. Wirklich alle, die da waren. Damals war das alles ein bisschen einfacher. Man hat sich auch mal kurz kennengelernt. Man ist auch mal kurz am Set gewesen oder man durfte halt mitarbeiten, weil ich sehe das alles ein bisschen locker. Ich bin jetzt nicht so verbohrt, bin auch kein Wahnsinns-Fan oder so. Für mich ist das eine super Arbeit, die da geleistet wird. Ich habe auch gerade hier Pia Stutzenstein, die sind mir auch gerade zwei Videos zugänglich gemacht worden. Oder Detlef Scholzen von RTL 2. Was ist das hier? Krass, krass Schule. Noch einmal, ich bin nur der Admin. Also ich bin der Admin, ich mache die Administration für viele Schauspieler. Auch John von Damme, da bin ich sogar Diamond. Also er hat mich ausgezeichnet mit Diamond. Ich meine, ist okay, die WAZ hat mich gesagt auch mit Diamond. Ich lese, glaube ich, zu viel WAZ. Und dann kann es schon mal sein, dass man ein Diamond wird. So, also, ich habe hier, muss ich mal hier gucken. Wie gesagt, ihr sollt auch Spaß machen und ihr sollt auch sehen, dass man mit Schauspielern Spaß haben kann. Die müssen ihre Fähre behalten, ja, ihren Flair behalten. Und wir müssen die Distanz wahren, die man wartet, die man ja auch einem Kunden wartet. Ein Kunde darf hier genauso wie ein Star und ein Sternchen, egal wer, ist egal wer hier schon alles war, darf, ist okay, voll. So, was haben wir denn hier? Okay, ich lösche das nicht immer, ist klar. Ich habe soeben korrespondiert, darum ist das hier noch drauf. Es wird aber auch gleich gelöscht. So, ich habe ein lustiges Video gemacht während der Arbeit heute. Jetzt ist die Arbeitszeit zu Ende. Ich habe noch vier Minuten, dann schließe ich das. Dann gehe ich vielleicht kurz doch ins Studio, mache dann noch ein Special. Aber ich meine, solche witzigen Sachen, die ich jetzt hier gemacht habe, reichen an sich auch aus, um Hallo zu sagen, Danke zu sagen dem RTL-Team, dem Action-Konzept-Team. Erdogan, Nils, Pia, die anderen kennen wir ja noch nicht, die da kommen. Wir wissen auch noch nicht, wer die Bösewichte sind, die Neuen, vielleicht sind auch die alten Bösewichte, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, wenn man also fast, wogemerkt, fast 25 Jahre Cobra 11 und wenn man von 79 bis 2015 bei Star Wars involviert war, sind das schon einige Hausnummern oder damals Stahlnetz, ja, und dann Tatort statt Essen. Das waren Hausnummern, sind Hausnummern. Es hat tierisch viel Spaß gemacht, am Set zu sein, zu helfen, auszutauschen. Mal gucken, wer jetzt gerade sagt, dann hört ihr das auch live. Okay, das ist jetzt privat. Ich sage mal einfach mal okay, okay. Bis später. So. Das war jetzt mal kein... Jetzt im Moment sind die alle am Arbeiten. Erdogan, ich bedanke mich total recht herzlich für den Small Talk. Danke. Danke für die Aufnahme in der Gruppe. Ich werde deswegen öffentlich, also die Distanz wahren, die man ist, man dreht nicht am Rad. Wir sind beruflich involviert, das ist Beruf. Wenn ihr mal was braucht, okay, kommt rein, machen ja viele. Ich muss ja auch zwischendurch auf der Timeline irgendwas schneiden, weil die irgendwas brauchen. Das sind aber mehr komparsen.de und filmpool. Also filmpool, komparsen.de. Aber die anderen gibt es ja alle nicht mehr. Die sind ja nicht mehr da. Okay. Aber jedenfalls, die sind halt auch hier involviert. So. Ich muss einem Profi nicht sagen, dass wir nicht überall drehen dürfen. Man muss Genehmigungen haben und alles. Und ihr wisst also Bescheid. Hier kann ich offen und ehrlich sprechen, weil man vom Fach ist. So. Das war hier so eine Art Klingelknopf, dass ich Feierabend habe. Das ist mein Feierabend-Video. Ich bedanke mich jetzt wirklich noch einmal an das gesamte Set Action Concept, RTL. Also wirklich alle Stunt-Teams, die separat und arbeiten dafür. Alle Stunt-Leute selber. Alle Schauspieler selber. Kameraleute, Tontechniker, Lichttechnik und so weiter. So. Das Ganze hat man mal als Beruf genossen. Und jetzt genieße ich halt den Administrator, der Mann im Hintergrund, der wie gesagt E-Castings im Green-Blue-Room, Maske und also im hinteren Bereich das Ganze mal auch Tricktechnik macht und sich auch irgendwas ausdenkt. So wie jetzt. Das ist alles so spontan gemacht, aber trotzdem gut verpackt, damit es Spaß macht, es sich anzusehen. So, ich sage jetzt Tschüss, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich total recht herzlich und freue mich auf das Jahr 2020. Und wenn wir dann endlich wieder Alarm für Cobra 11 sehen, aber dann wird wohl ein anderer Text sein. Sind nicht die Männer von Cobra 11? Na, lass uns mal überraschen, ob da eine Sibylle heißt oder Sabine, Valerie, Nadja, wer weiß, wer weiß. Nur Semir weiß, wie die junge Dame Pia Stutzenstein in Cobra 11 heißen wird. Und nur Erdogan Atalay weiß, ob er in Istanbul durch sie gerettet wurde oder nicht. Nur er weiß es, nicht wir. Okay. Alles klar, bedanke mich total recht herzlich halt für den Smalltalk. Der war super. Am 27.11.2019 Smalltalked mit Erdogan Atalay. Und du bist wirklich total recht herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen. Ich habe dir den Straßennamen genannt. Ich habe dir gesagt, wie du hier hinkommst, brauchst du mal eingehen. Weil Düsseldorf ist wirklich nicht weit. Das sind 44 Kilometer zu mir. Ich bin ziemlich nah an der Autobahn. Zweimal abbiegen seid ihr hier. Und ihr habt ja ein Navi. Und einmal eingehen, Kölner Straße 36, klatsch, seid ihr hier. Ich bin ja öffentlich zugänglich. Und wie gesagt, hier waren so viele. Der letzte, der hier war Henning Baum. Aber der wohnt nicht mehr hier. Henning Baum ist jetzt auch in Köln. Der wird also auch nicht mehr hinkommen. Der vorletzte, das war Frank Wendler mit seiner Musik. Und davor war Praschant hier. Und davor war Anne. Anne war hier. Ja, Musikum. Also es waren sehr viele schon hier von RTL. So ist es nicht. Es waren sehr viele schon hier von Cobra Eleven. Alle, die so mal bei euch Statisten waren, Komparsen waren oder halt ausgeholfen. Ja, also, ja, das ist halt. Es hat sich so ergeben. Ich bin für euch da, wie ihr sozusagen im Fernsehen für unsereins da seid. Oder auf großer Leinwand. Je nachdem. Also, see you later. See you later.